Hast du schon einmal versucht, eindeutige Werte in deinen Excel-Tabellen zu zählen und dich dabei gefüllt wie ein Detektiv, der nach versteckten Hinweisen sucht? Keine Sorge, du musst nicht länger nach Nadeln im Heuhaufen suchen. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe einer einfachen Excel-Formel oder funktionsweise eindeutige Werte in deinen Tabellen schnell und einfach zählen kannst, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Hier sind nun die einzelnen Schritte, um eindeutige Werte in Excel zu zählen. Ich habe dazu Microsoft Excel geöffnet und uns ein Beispiel vorbereitet. Und zwar sehen wir hier eine Liste von Vornamen. Insgesamt handelt es sich dabei um acht Vornamen. Ein genauerer Blick auf diese Vornamen. Lasst uns erkennen, dass der Name Oliver und der Name Benjamin zweimal vorkommt. Benjamin kommt einmal an der zweiten Stelle und an der siebten Stelle vor. Oliver an der dritten und an der achten Stelle. Insgesamt haben wir acht Vornamen. Das bedeutet, die eindeutige Anzahl an Vornamen wäre in diesem Fall sechs. Nun, wie kann ich das nun einfach in Excel lösen? Wenn ich bisher die Funktionen wie Anzahl verwende, erhalte ich ja leider nur sozusagen 0 beziehungsweise mit Anzahl 2 8 Vornamen, das ja falsch ist. Nun kann ich aber mit Excel folgende Funktion durchführen. Und zwar, indem ich die Selektion durchführe und im Bereich der Daten dort auf Erweitert im Bereich Sortieren und Filtern gehe und erhalte nun ein weiteres Menüfenster. Darin gebe ich nun an, an eine andere Stelle kopieren. Und am Ende dieses Dialogs noch den Haken Keine Duplikate. Ich gebe dann noch entsprechend die Position an, wo diese Liste kopiert werden soll. Ohne Duplikate bestätige mit OK und erhalte nun entsprechend die eindeutigen Namen. Diese kann ich dann anschließend mit dem Befehl Anzahl 2 mir zählen lassen. Ich weiß, in diesem Beispiel kann ich das mir frei im Auge zählen, aber es kann ja bei Dir der Fall sein, dass Du mehrere tausend Vornamen oder Datensätze zählen musst. Daher soll das nur illustrativ Dir zeigen, wie Du vorgehen kannst. Das war Methode 1. An dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Jetzt sehen wir uns noch die zweite Methode an. Und zwar, wenn ich die folgende Formel anwende. Und zwar habe ich diese hier bereits voll gefertigt. Und zwar stelle ich mich nun in die Zelle D4 und gehe in den Bearbeitungsmodus und kopiere entsprechend diese Formel. Diese Formel setze ich zusammen aus einer Summe und einer Division 1 durch zählen, wenn von dem gewünschten Bereich, wo ich die eindeutigen Werte zählen möchte. Ich bestätige mit OK und erhalte so ohne weitere Modifikationen sechs Vornamen. Das letztendlich ja richtig ist. Sollten diese beiden Methoden nicht ausreichen, so gibt es noch eine weitere Methode, die Du anwenden kannst. Dazu selektiere ich wiederum meine gewünschte Liste und habe dort im Bereich Daten die Option unter den Datentools Duplikate entfernen. Nun kann ich angeben mit der bestehenden Markierungen fortfahren und Microsoft Excel wird nun entsprechend die Doppelten oder Duplikate in meiner Liste entfernen. Und ich erhalte somit wiederum eine eindeutige Liste, welche ich dann entsprechend mit Anzahl 2 ermitteln kann. Wie Du siehst, kannst Du über diese drei Methoden eindeutige Werte in Deiner Excel-Tabellenblatt ermitteln. Und falls Du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, Dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn Du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!